Ich finde da zwei Punkte sehr interessant, die wir ein paar Mal schon auch erwähnt haben, so ein bisschen als Rahmensetzung für vieles an Teamarbeit, ist einerseits auch natürlich so ein bisschen auf dieses Ampelprinzip aufgebaut, was Jocker auch immer sagt, dass man diese Perspektivenveränderung erstmal voransetzt. Das heißt, ich kann nicht sofort zu 100% einsteigen, sondern unabhängig davon, wie die Arbeit gerade läuft, wie die Ampel aktuell ist, ich muss ja die Ampel erstmal versuchen zu erkennen und das geht nur, wenn ich einen Schritt zurücknehme und erstmal, wie du es auch immer so schön sagst, einfach mal alle arbeiten lassen für eine Zeit. Und das, ich weiß, das klingt gerade als Neuerfüllungsgraf, klingt das ziemlich hart, wenn man sagt, ja, jetzt bin ich endlich in einer lyrische Position und wie, jetzt soll ich erst recht meine schon vorhandenen Managementkenntnisse gleich wieder irgendwie aufs Abstellgleis lassen und allemal arbeiten, das macht überhaupt keinen Sinn. Und da muss man mal drüber, über diesen Hump, weil das ist nämlich genau der Punkt, den man quasi hinten raus erreichen will, nämlich, wenn ich die Perspektive habe und erkenne, wie mein Team arbeitet, kann ich den nächsten Schritt machen und vielleicht das Ampelprinzip nutzen und weiß, vielleicht muss ich gar nichts machen. Vielleicht muss ich echt nur das Team am Laufen halten, weil es läuft. Und wenn man quasi da dann den Gegenvergleich fahren möchte, angenommen, ich wäre sofort reingegangen, weil ich ja super aktiv sein möchte als Leader, in ein Team, das super funktioniert, ist die Chance größer, dass ich dieses Team zerschieße, als dass ich das Team noch besser mache in meiner ersten Amtshandlung sozusagen. Das heißt, diese Perspektive mal zu erweitern und mal den Schritt zurückzunehmen und zu sagen, ihr macht mal, ich habe quasi von oben für mich selber die Erwartungen mal kommuniziert bekommen, ich weiß wieder, was ich in meiner Position erreichen möchte und jetzt muss ich diese zwei Bilder sozusagen mal zusammenfügen. Und das geht aber nur, wenn ich mal diesen Schritt zurücknehme und schaue mal, wie arbeitet ihr? Gibt es vielleicht Probleme, die ich von oben schon quasi kommuniziert bekommen habe? Erkenne ich die auch? Sind die wirklich so schwierig? Wo erreichen wir unsere Ziele, wenn wir so arbeiten, wie wir jetzt arbeiten? Und dann kann ich da irgendwie schön weiterkommen und diesen Prozess quasi auch sinnvoll voranbringen, wenn ich dann das Ampel nutzen kann, weil dann kann ich in das Handeln gehen. Also erst quasi analysieren und dann handeln. Handeln. Handeln.